Die Karten, das Kreuz und die Dame beziehen sich auf Notre Dame. Die Mönche setzen das religiöse Thema fort. Und diese Karte, es scheint mir klar zu sein, dass ein Mönchsorden nach mystischer Macht strebt. Sie hoffen, Nicolas Flamels Wasser des Lebens in seinem seit langer Zeit verschollenen Laboratorium irgendwo hier in Paris zu finden. Diese Karte, der Schlüssel. Sie haben einen Teil des Mechanismus gefunden, der Flamels Tür öffnet. Ihr müsst zu Notre Dame und diesen Mechanismus an euch nehmen. Die Karte, die Karte, die Karte, die Karte sind. Ich will das Geld und zwar so far. Ich will das Geld, ich will das Geld, ich will das Geld. Ich kann nicht mehr wissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nicola Flamel. Oh, schütze ich von der hermetischen Künstler. Wir suchen das Elixier, das Wasser des Lebens, angereichert mit Goldsplitter. Der muss dahinter nicht gewogen sein. Das Elixier. Oh, gib uns ein Zeichen, auf das wir finden, was wir suchen, um es voller Demut und Verschwiegenheit einzusetzen. Oh, schütze ich, schütze ich, schütze ich, schütze ich. Oh, schütze ich, schütze ich, schütze ich. Wir müssen um jeden treißen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wenn er so weitermacht, bricht er sich noch was. Du kleine Ratte! Ah, ihr habt einen Teil des Mechanismus beschafft. Das wusste ich bereits. Behaltet ihn. Ihr seid es, der das Geheimnis lüften wird. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018